So ihr Schlawiner Knaum wieder hier. Das ist jetzt das dritte Video vom selben Abend von den zwei Videos davor. So, wenn ihr das irgendwie, ja ich glaube das ergibt Sinn. Das heißt, wir haben von kurz nach 20 Uhr bis ich glaube 0.30 Uhr waren wir hier beschäftigt und haben die ganze Zeit irgendwas gemacht, produziert und ich habe dann die Videos aufgenommen. Wie gesagt, das ist alles von einem Abend und von einem sehr unterhaltsamen Abend. Was ich hier gleich nochmal machen möchte ist, also wir holen jetzt noch eine Basis für einen Kollegen, der wollte eine Flugzeugbasis haben. Dann soll er sie auch kriegen, wir waren ja eh schon dabei, haben nachproduziert. Was ich hier machen wollte ist, erstmal begrüßen, aber ich grüße auf jeden Fall die Leute von meiner Karte hier, von der 643, die wirklich, Applaus, Applaus, ne. Der Kartenführer hat es ja wirklich geschafft hier die halbe Karte mittlerweile schon einzubläuen, wie man so sagt, beziehungsweise, ich weiß nicht ob es schon die Hälfte ist, ja doch kommt schon gut hin, ne. Also die Hälfte plus minus 5%, aber ich glaube wir sind schon mindestens bei 50% hier, die einzubläuen und den einen Tag hat er mir auch erzählt, dass ich 8 Basen eingenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht mehr im Kopf, ob das 8 an demselben Tag waren oder 8 in der Zeit, wo ich nicht da war. Das müsste 2 Tage oder 3 Tage gewesen sein. Ich war nie länger als 3 Tage offline hier. Also das längste war wirklich, als mir die eine Basis da genommen haben, der Gegner, und ich dann eingeloggt hatte. Das war wirklich das längste. Und ansonsten gucke ich halt immer mal rein, auch eigentlich um nachzugucken, ob mir irgendwas weggeschossen wurde. Was mich geärgert hatte ist, da fällt es mir nochmal ein hier, als mir die eine Basis genommen wurde. Ich hatte keinen Hinweis bekommen, sonst bekommt man ja Basis verloren, bla bla bla, irgendwie so ein, wenn man einloggt. Aber ich habe gar nichts erhalten. Das hat er mir erst gesagt und dann habe ich erst nachgeschaut und da ist mir jetzt aufgefallen. Wie gesagt, seid gegrüßt, ne. Wir machen das echt, echt formidabel, formidabel. So, in der Zeit haben die anderen auf der 719, wo ich ein bisschen nicht so erbaut drüber war, dass sie sich da jetzt auch noch niedergelassen haben, haben die wohl noch ein paar Pappflak-Basen weggeballert, um sich da zu manifestieren, also um sich da besseren Art zu ermöglichen. Jetzt ist ja noch ein anderer Kollege rüber und jetzt sind die da zu dritt oder so, oder zu viert. Zu viert, glaube ich. Und einer hat ja schon vorher gesagt, ich glaube in dem Video davor, das wäre besser, wenn man nur noch mindestens zu fünft geschlossen wirklich auf eine neue Karte wechselt. Und ich habe gesagt, ich habe momentan keine Ambition, auch auf diese Karte zu wechseln. Denn letzten Endes haben wir hier auch noch einiges zu tun, das wird auch noch ein Weilchen dauern, bis wir die angenommen haben. Ob wir dann rüber gehen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es da auf der 719 noch laufen wird, aber das wird die Zeit zeigen. Also ich kann da jetzt noch nichts sagen. Im Moment würde ich jetzt nicht rüber wechseln, aber wie gesagt, es gibt auch keinen Grund, denn wir müssen erst mal diese Karte hier für uns erobern. Das wäre dann die dritte oder vierte für uns. Und damit habe ich schon genug zu tun. Ja, ansonsten, wie gesagt, holen wir jetzt erst mal noch die, die, was ist das hier? Für den Kollegen, der halt eine haben wollte. Und ist natürlich hart, guckt euch an, die ist komplett ausgebaut. Also jetzt nicht an Flachs, aber an, wie heißt denn das? Produktionsstätten, genau. An Produktionsstätten und halt auch sonst alles so weit, wie es halt möglich ist, hingehämmert da. Und ist natürlich ärgerlich, vor allen Dingen, ey. Ich stelle mir das vor, du lockst dann nächsten Morgen ein und siehst zwei, drei Basen verloren. Da denkst du dir auch so, wozu spiele ich eigentlich noch? Kann natürlich sein, dass er jetzt resetet oder so. Ich weiß nicht, ich habe da geguckt, wie viel er noch hatte. Er hat noch 30 Basen oder etwas über 30 gehabt, aber auf drei Karten verteilt. Das heißt, kann sein, dass er hier nur noch fünf hat und sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr hier. Ich weiß es nicht. Also ist auch mir eigentlich vollkommen egal. Hier geht es um zu erobern und genau das machen wir auch. Und was hier jetzt auch wieder so war, ich habe schon eine ganze Truppe verloren gehabt, weil ich, erst wollte ich auf die falsche Basis, nämlich die da drüber, weil der Kollege MB hier vorbeigefahren ist und angegriffen wurde. Und ich dachte, oh, geht schon los. Und ich habe auf diese Basis geklickt. Gut, bin dann wieder weg. Aber ich habe noch Truppen von woanders rüber schicken wollen, von einem anderen Punkt aus. Und die wurden schon fast, ich glaube, 47er Gruppe und, nee, ich glaube, die waren komplett weg. Ich glaube, ich habe noch kurz rüber geguckt und da dachte ich mir, okay, was willst du mit den zehn, elf Bredas dann noch machen? Lass sie einfach wegballern und fertig. Ist ja blöd gelaufen, kommt halt auch mal vor, weil die halt auch ziemlich nah nebeneinander lagen hier. Und je mehr Truppen man hier versammelt, man muss überhaupt noch einen Weg finden. Und das wird dann halt auch ein bisschen schwierig. Und, ja, ansonsten lief es eigentlich wie geschmiert und, ich sage jetzt sehr viel und, weil ich die ganze Zeit überlege, was sage ich hier eigentlich? Und, ähm, schon wieder und, leck mich doch am Arsch! Naja, jedenfalls war es sehr unterhaltsam. War eine echt unterhaltsame Art mit den Jungs hier, sage ich mal, mit den Boys, mit Boys. Und, ähm, vier Stunden, drei oder vier Stunden, ja, ich glaube, so um die vier Stunden waren es sogar, war ich dann auch hier drin. Normalerweise bin ich nicht so lange drin, also schon länger nicht mehr, dass ich mich so lange, ähm, dann hier aufhalte. Aber es lief halt wie geschmiert und, ja, ich hatte auch ein anderes Bohr gerade. Eigentlich wollte ich das auch nur noch fertig machen und dann ins Bett. Ähm, das habe ich dann auch getan. Er hat dann hier ausgebaut, hat dann halt, äh, soweit aufgewertet, war dann auch dann weiter am Bauen. Sollte dann auch fertig sein. Ich muss dann heute noch mal reingucken, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ähm, wieder Truppen nachproduzieren, produzieren. Gott, ey! I swear I can't speak German anymore. Und, ähm, ja, Truppen nachproduzieren und mal gucken, was noch so kommt. Also ansonsten habe ich jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Das war jetzt hier auch kein großes Hindernis im eigentlichen Sinne. Ähm, wie ihr seht, der MB ist dabei. Da war er bei dem Video davor, wo wir die erste Basel angegriffen haben, war er nicht dabei, weil er dann gar nicht online war. Das war auch das letzte Mal, also bis zum Sonntag. Das war jetzt Freitagmorgen dann in dem Fall. Also kurz nach 0 Uhr. Sonntag war er dann erstmal nicht mehr da, oder ist er dann erstmal nicht mehr da. Aber gut, er macht es, ich weiß gar nicht, ob das erwähne, weil es unrelevant ist. Weil wenn das nächste Video kommt, dann ist es wieder alles anders. Ja, ja, auf jeden Fall hat er kurz eingeladen und hat gesagt, okay, ich helfe euch und, äh, kein Ding, ne. Dadurch ging es auch einen Ticken schneller, weil wir hätten jetzt jeder, ich glaube, ganz zu viert gewesen mit je, ähm, zwei, also sechs, ne, acht Brädergruppen insgesamt, ne. Acht Brädergruppen, ob das gereicht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Gut, die haben noch Bomber und so gehabt, ähm, man hätte es noch hinbekommen. Er hat, jedenfalls hat unser Kartenführer gesagt, pass auf, das Ding holen wir jetzt auf jeden Fall noch, äh, voll geht hier keiner. Und ja, dann haben wir es auch so gemacht und, äh, war ja auch kein Hit. Wie gesagt, war echt gut, dass MB dann auch noch dazu kam. Vielleicht ging es auch noch einen Hauch schneller. Und, ähm, ja, das wäre es dann eigentlich auch hier gewesen. Viel Spaß beim Rest des Videos. Ist nicht mehr so viel, diesmal geht es nicht so lang. Und, ähm, ja, dann auch ein neues Video demnächst. Irgendwann hoffe ich und mal gucken, was noch alles so kommt. Es kann noch sehr unterhaltsam werden. Also, bis denn dann, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020